hey leute embers hier und willkommen zu einem weiteren giveaway video halbwegs gut ausgesprochen und zwar ich möchte zukünftig diese giveaways als extra video machen und nicht irgendwie in ein anderes video rein klatschen viele interessiert es nicht oder für das thema dann in dem moment und deswegen machen wir immer mal ein kurzes separates video hierzu also in dem letzten video ich muss einmal hier kurz rüber schwenken aktivieren und ich habe nämlich super vorbereitet hatte ich in dem video das war mal zwei heilige splitter event ist so gute zwei drei wochen her am ende des videos ganz sneaky reingeschrieben tipp wer bis hier geschaut hat schreibt was schönes als kommentar es könnte sich lohnen und ja heute ist der tag heute sollte es sich für einen der kommentierenden lohnen und zwar wir werden einmal ein kommentar auswählen ich habe schon mal reingeladen wir haben 30 kommentare und ja ich drücke auf jeden fall dem oder derjenigen die daumen ja wie gesagt 3,3 prozent gewinn chancen für jeden der mitgemacht hat und für sagen wir legen einfach los und gewonnen hat günther alexander du bist ein echt ein geduldiger mensch was die splitter und ressourcen angeht ich lerne immer was wenn ich deine videos gucke weiter so also herzlichen glückwunsch günther alexander wichtig schreibt mir bitte über discord einmal schreibt mich da bitte einmal an den link für discord siehst du auch unten unter dem video ansonsten kann ich es auch noch mal zur sicherheit in die kommentare reinschreiben also auf jeden fall herzlichen glückwunsch dann noch mal eine kleine weitere info für euch und zwar ich mache einmal das hier das hier aus und so rum discord an und zwar ich muss einmal hier kurz zeigen im discord haben wir auch quasi ein channel und ich habe natürlich auch immer einmal monatlich für discord eine auslosung und hier ist jetzt gerade wieder aktuell dass ich sage leute postet ein meme derjenige der die meisten likes bekommt bekommt auch ein 540 gem paket also wie gesagt wenn ihr bock habt teil der lustigsten community coolsten community keine ahnung was auch immer wir sind auf jeden fall die besten leicht überspitzt gesagt ja kommt auf jeden fall vorbei und da könnt ihr auf jeden fall in zukunft auch bei den videos mit machen aber auch wenn ihr einen clan sucht oder als clan ein spieler sucht gibt es eine rubrik wir haben der artefakthilfe champion hilfe alles mögliche wir sind ein guter trupp von um die circa 200 leute bisschen mehr mittlerweile und auf jeden fall sehr hilfsbereit dementsprechend ich freue mich über jeden der vorbeischaut und ja das soll es zum thema auf discord gewesen sein die nächste verlosung ist dann quasi in twitch stream ja immer montags sondertags 21 uhr so gesehen jetzt aber genug werbung für mich gemacht ich drücke euch allen die daumen dass ihr in zukunft auch was gewinnen könnt und freue mich natürlich über jeden der vorbeischaut und ein teil der community werden mal also leute ich bin da irgendwas ich bin raus